ja hallo und herzlich willkommen hier zurück bei planet coaster und im park münsterland es geht langsam wieder bergauf preislich finanziell wie auch immer man sehen möchte ich höre gerade mal ob wir noch forschung aber guck mal hier forschung hatten wir am laufen was wir da neues haben ich mal anschauen und ein neues und ja das sieht ganz interessant aus mal gucken familien fahrgeschäft und ein nervenkitzel fahrgeschäft sehr schön wir lassen es auch erst mal dass wir dann auch was bauen können davon was macht er hier warum läuft er nicht so erfährt gerade sehr schön ich hoffe man hört mich auch klar und deutlich ab jetzt auch die aufnahmen hier in planet coaster mit dem neuen rechner mit dem mikrofon neu eingestellt und ja ich hoffe dass die qualität dann hier auf dem kanal auch dementsprechend euren erwartungen gerecht wird ob wir alle durch das dann schauen wir uns mal ein bisschen die fahrgeschäfte und attraktion an der kickflip läuft die denn im minus dann passt also nicht mehr ganz ach so im letzten moment haben wir den noch ich hoffe dass der auch dementsprechend jetzt halt mal aufsteigt stehen auch die ersten an dann dann Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube wir mehr in den Forge mal nehmen, weil ich kenne es noch nicht. Oder hier so ein Trio-Sturm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, sehr schön. So bauen wir den auch, Eingang platzieren, hierhin platzieren, Eingang, den Ausgang platzieren. Sehr schön. Okay, so warten wir unser Geld bekommen, damit wir hier weitermachen können, da kommen die erste auch nach hinten, ja natürlich schön. Wir haben 630 Besucher. Okay. 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 So, ich hoffe wir machen gleich ein bisschen Plus, dass ich den Weg zu Ende bauen kann. Oh, da war was kaputt deswegen wahrscheinlich. War kaputt. Ach, das Ding. Okay. Wir haben auch so viele rüber dann. So, die ersten gehen wieder rein, das ist schon mal sehr gut. Spricht ja fürs Fahrgeschäft, ne, dass das okay ist. Ja, hier zum Beispiel bei dem Fahrgeschäft ist es wirklich sehr positiv, dass so viele mit einmal damit fahren können. da raus. Da oben hat jetzt... Wir schauen, ob wir alle reingehen. weiterbauen. 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 Okay. Geld. Wir investieren fast jeden Euro wieder rein. Wir können nämlich auch einige mitfahren. In die falsche Richtung. Das ist auch noch mal spannend für eine neue Achterbahn. Das Leben am Limit hier mit dem Geld. Geld. Das Leben am Limit. 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 ok ist zufrieden arbeit normal passt Nein, den am Mülleimer. Den am Mülleimer stellen. Was denn? Ich hab keine. Ich hab keine. Ich hab mal andere. Sehr schön. Ja, da, da, da. Ja, da, 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 da. Ja, da machen wir direkt noch einen auf. Da, 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 da. Und wir gehen mal an, wenn wir den jetzt Dann. 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 Dann.